Hey Leute und willkommen zum vierten Part von der Riesen-Quartz-Runde. Am Anfang habe ich ja noch so eine kleine gezockt, jetzt ist es schon der vierte. Da hatte ich noch eine andere Map gezockt, jetzt bin ich in den Quartz reingegangen. Und jetzt spielen wir hier seit über einer Stunde und probieren endlich, also mein Team zumindest, jetzt endlich mal was zu reißen. Ich habe schon vier Kills, der eine von den 50 von den blauen, also ich sehe da gar keinen Unterschied. Die kommen von da unten. Trifft doch mal. Ich komme jetzt. Ich komme gleich noch hin und bitte dir. Wenn das Leben aller steht. Scheiß Dreck! Aufenspiel. Locker hatte ich jetzt schon 20 Wutausbrüche. Da ist jemand in unserer Base. Keine Ahnung. Was? Als ob. Oh, nee. Alter, was ist das denn? Da hinten ist wieder einer. Gut, der ist gut. Gut, der ist gut. Ja. Für den. Für den. Ich habe schon 55 Kills. Aber bei so einer Runde hätte ich das auch nicht erwartet. Ich habe gerade mal 50. 50 fehlen mir noch, um ihn einzuholen. Mann! Nein! Ah! Ich komme noch nicht mal richtig ran. Komm schon wieder hin. Gut, der wurde gesehen. Dann gehe ich weiter auf blau rauf. Cut, 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 cut. Das wird noch so ein 10-Part-Teil. Obwohl ich nicht Lust habe, hier 1 Stunde 40 lang aufzunehmen und das auch anzuzocken. Und das wird ewig dauern jetzt auf YouTube. Oh Gott, ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast. Runterbekommen. Ja, einer ist tot. Oh Gott. In Ihren Gang. Hacke. Scheiße. Ich wasch das so mal durch. Hey. Nein, 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 nein. Hä? Ich konnte ihn nicht einmal hitten. Was ist das denn? Ich habe gerade so hart Kopfschmerzen. Das hatte ich seit Tagen nicht mehr. Das kommt immer nur, wenn ich mich höllisch aufrege. Das mache ich gerade. Ah, mein Kopf. Okay. Wie ich schon in der letzten Runde gefragt habe, gesagt habe, ich würde es nice finden, wenn mir jemand ein... Erst oft du diesen langen Part machen könntest. Gut. Und jetzt? Okay. 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 Nein, da wurde ich noch gekillt. Kacke, aber so habe ich gerade ein paar Kills gemacht, finde ich nice. Dann gehe ich gleich da wieder runter und tüte weiter. Weil, solange die da beschäftigt sind, können meine Mates durchwaschen. Unter der Base. Da bin ich sicher, wenn das Base mit B, A, S, E geschrieben wird, aber egal. Da kommt noch, oh Gott, gegen drei. Oh, spam! Da ging drei. Ah, das ist ja kein Name, meine Mates. Scheiße, beim Chor, beim Chor, beim Chor. Geile Taktik. Und tap, los. Bei der Gewicht, nice. Hallo. Oh, wirklich. Oh Gott, jetzt ist er beim White Chor, oder? Damit ich den Gang verfolgen konnte. Wer geht da hin? Oh Gott. Hä? Hä? Was? Wo kommt die Lava jetzt her? Ja. Okay, Leute. Das war's von diesem Part. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Ich schaue jetzt den Jude hier noch runter. Ja, das war's dann jetzt auch. Alles ist vorbei. Wir haben verloren. Sagen wir es so. Und schaut dabei nächstes Mal wieder rein. Und ja. Wie gesagt. Ciao. Tschüss. Musik. Vielen Dank.